Moin 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 liebe Zuschauer willkommen bei LZUCH mit dem Spiel Resident Evil Revelation und der liebe Rasko ist auch mal wieder dabei und wir spielen Raubzug! Wo? Äh... Uno momental... Wir kommen immer näher ans Ende Ob gut oder schlecht, lassen wir mal dahin stehen Ich würde bis dann einfach Stufe 13 sein Ich frage mich was das Unterne ist Was? Ja Hades Achso, das ist bestimmt wieder hier so ein ultimativer Schwierigkeitsgrad oder sowas Ich habe mega viele gelbe Ausrufezeichen Ja? Ja Aber ich glaube überall wo ich vorkomme Ich glaube das sind diese Special Drops Diese goldenen Fische Keine Ahnung Hm Bist du ready? Los gehts Es fängt schon an Oh Mann Nennen sie mich nicht so Nennen sie mich nicht so 20 Minuten? Achso! Guck mal! Wow! Epis! Richtig sexy das Ding, ey! Bist du weg? Guck mal! Verge Verge Bist du weg? Was hat der denn da gerade gemacht, Alter? Von dem Schrei mache ich einen Test-Off. Wow, wie viel Schaden macht der Sniper? Warum geht die Tür so lange? Hallo? 11k, Crit. Also, 11k, Crit auf dem Kopf. Oh ne, nicht schon wieder tauchen. Wieso bist du auf einmal vor mir? Das war schon die ganze Zeit. Nein, Baby, was tut er mir? Ja. 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 Wow. Pushy. Ah, mit den starken lässt du mich alleine oder was? Hä? Wo bist du? Warum rennst du jetzt so weit zurück? Bei mir ist es hier gar niemand. Äh, ja. Ich verstehe es nicht ganz. Was? Ja, dann spielen, ja. Ich bin da auf. 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 Okay. Whoa. Wow. 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 Ja, aber weißt du, wie viele Gegner noch kommen? Nein. Ja, geh. Ich hab hier noch nicht von mir. Ich hab hier ein anderes Problem, entschuldige. Ich mach den 15 Schaden mit meinem Sniper. Ich hab hier noch ein anderes Problem. Ich hab hier noch ein anderes Problem. Ich hab hier noch ein anderes Problem. Ach so. Oh, da ist es endlos. Das kann natürlich auch sein. Ich hab hier noch ein anderes Problem. Oh nein. Nein. 23 Schaden im Ernst, alter. Ich schieße ihn mit einer Hand und er stirbt. Was ist los? Jetzt kommt wieder ein epischer Teil mit dem Boot. Ich hab hier noch ein anderes Problem. Ich hab hier noch ein anderes Problem. Ich hab hier noch ein anderes Problem. Was sind das für Viecher? Das ist das, was man oben auch hat. Das Viecher, ja. Was fällt ihr auseinander? Keine Ahnung, das habe ich vorher noch nie gesehen. Sorry. Du weißt, das ist noch ein zweiter. Gott! Oh, das juckt ihn einfach nicht, Alter. Ja! Oh! Langsam! Boah, Alter, der bewegt sich dann auch nicht weg, Mann! Lauf! Boah! Oh Gott sei! Leck mich am Arsch, ey! Ich habe noch 17 Sniper, Muni! Ich habe fast gar nichts mehr, Mann! Ey, die Kette ist mal so richtig praktisch! Ja, es ist... Du siehst plötzlich neben mir! Ich war die ganze Zeit vor dir sogar! Ja! Oh, das Spiel! Oh mein Gott, ey! Ich habe schon Level 12! Ja, muss es jetzt sein! Locker! 12 Minuten Folge! Woah! Ah, nehm! Hängt noch einer an! Ja, ja! Ich habe einen P90! Level 14! Ja, ich habe noch irgendeine Pistole gekriegt! Wir hängen noch einer an, oder? So assi können wir auch nicht sein! Aber jetzt kann ich endlich meine MP ausrüsten! Ja! Ja! Von... 118 zu 368! Ja! 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 Da könnte ich eigentlich Dinge drauf tun! Ähm... Durchschlag! Nö! So, jetzt ist Stufe 13 mein nächstes Ziel! Ja! Wenn denn schon! So! Habe ich alles! Pistole! Ja! Hä? Was ist los? Nichts! Nichts! Ready? Äh... Habe ich Level gewechselt? Nein! Außer nicht! Jetzt habe ich es gewechselt! Ich habe Freundes Level 16! Ja! Mit links! Na los Kadett! Nennen sie mich nicht so! Los Kadett! Beweg dich! Nennen sie mich so! Komm! Ich schiesse dich schlecht zum Mond mein Freund! Bist du im Aufzug? Ja! Warum? Ich sehe dich nicht! Bei dir nicht! Ich stehe! Warte! Hier! Genau! Der Punkt ist da! Nein! Siehst du mich jetzt? Nein! 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 Ich kann ja mal aufstehen. Nein! Ich schieße mich noch zwischen den Beinen, Alter. Du bist immer noch nicht da. Ippisch. Willkommen bei Capcom Games. Jetzt bist du da. Echt? Ja. Also weil der Sniper rotzt ordentlich rein, muss man ja mal sagen. Okay, meine neue MP ist auch nicht schlecht. Äh, vor allem wenn ich nachher links durch die Tür... Ich will hier kurz schauen. Okay, hier ist eine Kette. Weisst du? Wir sind mir als erstes jetzt aufgefallen. Was? Was? Wir laufen mega langsam. Muni? Yay! Noch mehr Muni? Ja, aber so. Oder ist noch voll. Das ist wieder nur noch. Oder wäre er. Was das ist ... Oh-. Okay. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Zweiter Key Ich glaube hier geht es lang Unsichtbarer hinter dir Hier schenke ich dir Waffenkiste Ich finde das Sniper so geil Sieht mega geil aus Hart was mit Red Dead Redemption 2 Nein Was voll Oldschooles Ach Red Dead Redemption 2 ist 105 giga gross Ohne day one patch Was? Ja nur 105 giga Nein Nein Achtung hinter uns Ist gerade rüber Hey guck mal Das war der Cheater Dem juckt nicht meine Nate Geil der ist verpackt Achtung 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 Jetzt fehlt uns aber das Treppenhaus, ne? Scheisse. Ja. Wir haben eh keinen Schlüssel, also... Fuck, wir hätten den zuerst benutzen sollen, den Schlüssel. Wir spielen ja eh alles nochmal. Ja. Irgendwie täuscht den Kuchen hier nicht. Ja, hier ist wieder ein Arena-Fight. Ja, da ist schon der erste. Ich kann mal hoch. Boah. Hey, warte mal. Hinter uns. Ich kann sogar Traketen werden. Warte. Ja. Ich hab mir jetzt das Geld einfach rausgeschmissen. Ja. 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 Alter, wie verpackt dieses Spiel ist einfach, ne? Unglaublich. Ich hab das noch mega gelobt. In der Kampagne. Hä? Hä? Wo rennt der hin? Bei mir rennt der gerade unten in der Mitte rum. Bei mir ist der oben bei der Kette. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Der rennt hinter mir her, Mann! Lass mich! Was? Bei mir joggt der so voll langsam rum. Wo ist der? Vor mir! Wo ist das? Oh, dieses Spiel, Alter! Das macht mich hörlich! Wo ist das? 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 Epic das levelt! Einfach episch! Fuck! Ich nenne das Spiel echt! Fuck! Using hoch 10! Ey, das ist so unnormal, Alter! Muss die Folge echt reinziehen! Niedrigstufiger Bonus! Und das war's! Level up! Yes! 13! Yes! Wow! Eine Flinte! Stufe 14! Boah! Ich will endlich 50 sein, ey! Ja, also... Ich denke jetzt machen wir noch die 2 Level! Bei der nächsten Folge! Und dann... Sind wir durch, oder was? Wir haben jetzt noch 2 Stufen, ja! Also 2 Level! Ähm... Das und das Geisterschiff! Geisterschiff ist Stufe 50, Alter! Ja! Ja! Ja, testen wir trotzdem! Komm, wir machen das noch! Und... In der nächsten Folge machen wir einfach mal das Geisterschiff! Ich habe jetzt mal neues Equip! Und das war's, captivativ zu sein! Und das war's! Ja! Ja! Und das war's! Ich habe das. Wir müssen einfach nur die Geisterreise haben, Alle Zeit haben uns die Geisterreise! Alle Zeit sorgerieren! Ja! Wir müssen dann auch hier mal mit einem Geschwisterreisen! Was ist denn gerade schon ein bisschen top, Alter? Alter, Stufe 16er Pistole, ja, genau, ey. 2 MP5, läuft. Ich verkaufe jetzt einfach mal meine Standardwaffen, die ich da habe. Ja, in der ganzen Einzelnen habe ich schon alle verkauft, ey. Ne, mache ich jetzt gerade. Ich verkaufe jetzt meine Python. Komm, ich habe meine Tico verkauft. Ach du Scheiße. Was denn? Nix, alles gut. Das war ja auch. Ich habe mir gerade was gekauft. Okay. Jedes Mal, wenn ich in den Job rein und raus gehe, habe ich immer wieder neue Waffen drin. Ja. Was ist das? Nein, jetzt hat sich gerade ein mega geiler Sniper gesehen. Wow, voll kacke. Alter, ich habe hier gerade eine Python mit 4700 Damage, Alter. Wow. Alter. Wow, ich habe einen Sniper mit 2,9. Ja, habe ich auch. Er fühlt sich auch ernst. Habe ich mir das gerade gegönnt. Nein, ich bin noch keine Stufe 14. Nein, scheisse. Nein. Okay, jetzt muss ich meinen Schrot mitnehmen. Okay, ich bin bereit. Hm, Moment. Ja, komm, scheiß Rock. G36 VA! Wow. Nein, da war gerade eine Falle. Nein, da war gerade eine Falle. Was ist das? Das ist Papa Der Big Motherfucker WOOOOOW Der Big Motherfucker macht damage Hier friss 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 Bärbisch ne... ja doch da ist doch was Was sind das für Nades eigentlich, sollen die flaschen oder was? Ach, das ist dasselbe viel wie vorhin, Alter. Nur in groß. Easy. Boah, was? Was bist du denn? Ach, das ist dein Endgegnet. Alter. Ich gucke mich nicht so an. Ich weiß nicht, ich schwöre. Ja, bleib mal so stehen. So ist gut. Wow. Guck mich nicht so an. Ich schwöre, ich tu dir nix. Scheiße. Ich muss denn auf das rote Schiessen. Ja, aber ich müsste den gerade vor dir. Jetzt hinter dir. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war der End-Boss Leck mich doch fett Oh, da ist Kraut, geil Easy doing, oder? Ja, kein Ding, was los ist, Alter Fast wärst du nützlich gewesen Fast wärst du nützlich gewesen Wasser, rumschnappen Eisenheim, erstes, weiß, aha Wow, hab auch fast nix Raubzug-Modus-Fürskeit H, das freigeschalten Neues Outfit, Chance auf eine zufällige Waffe, okay Schaffen sie alle Stufen im Raubzug-Modus auf Abgrund Okay, jetzt wird's schwer Hast du die Folge gerade wendet, ne, ne? Ne Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Cut hier Ja, machen wir auch Schönen Abend zusammen, gute Nacht Guten Morgen, wie auch immer Und bis zum nächsten Mal Tschüss.